Meine Lieben, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Bertha Badalbaev. Die meisten werden uns vielleicht vom Naschma kennen. Zarderna, wir haben damals die russischen sowjetischen Spezialitäten angeboten. Jetzt dank dem Herrn Siedeltli, ein sehr kooperativer Mensch und der beste Marke, den ich zurzeit ja kennenlernen durfte. Da haben wir jetzt endlich das Lokal auf der Grazer Straße 17 bis 19 in der Neustadt gefunden. Und wenn alles gut geht, könnt ihr ab und mal zu uns reinschauen.